Und während die kleinen Betriebe und die Menschen große Ängste und Sorgen haben vor einem kalten und vor einem langen Winter vor weiter krass steigenden Energiekosten, wünschen sich Politiker der AfD genau das. Sie wollen einen dramatischen Winter. Die AfD streamt eine Live-Veranstaltung bei TikTok. Zu sehen und zu hören sind dabei der EU-politische Sprecher der AfD-Fraktion, Dr. Harald Weil, AfD-Fraktionspolitiker Dr. Rainer Kraft und Helmut Warnitschek, denen offenbar nicht bewusst ist, dass die Mikros an sind. Harald Weil ruderte auf Bild-Anfrage zurück. Er habe keinen Wunsch, sondern eine Befürchtung ausgedrückt.